ich habe mir extra für die neue quelle ein neues t shirt angezogen dementsprechend angemessen will ich mal die quelle besuchen Zelle im Fichtergebirge gehts los im Schleiz Abweuder Halle noch eine Minute in der Elbe ja bis zum nächsten Mal Selle im Fichtergebirge super ich glaube mit dem Fahrrad kommt man da gar nicht hin weil das so steil ist und so steinig da muss man hinlaufen ok ich habe es gemacht jetzt geht es weiter zum Eger-Reitweg hallo leute es ist anfang august 24 und ich wollte mal meine lang geplante flussfahrt jetzt beginnen und zwar will ich mal die Eger von der Quelle bis zur Mündung abfahren die Eger ist ca. 316 km lang auf tschechisch heißt sie Ohre geht aber in Hedertal also in Bayern los und endet kurz vor Prag um dann in die Elbe zu münden will die ganze geschichte in ein paar Etappen abreißen ich bin allein ich möchte ein bisschen filmen ich möchte nur ein bisschen Zeit nehmen und wenn ihr Lust habt dann kommt mit wenn ihr Lust habt kommt mit wenn ihr Lust habt kommt mit bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal So jetzt fahren wir zur Ego Quelle, müsste hier mitten im Wald sein wir schauen ob wir es finden so in times that I've told places it had won't be how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave given we made time I'll meet you down the land so genau hier entspringt die Ego der Knabe kam zur Ego Ego sprich wo eilst du hin zu der Elbe braucht es Reger zu der Elbe muss ich ziehen jetzt kommen wir hier in der Weißen Stadt dann down the land meet up down the land 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 down down the land down the land ci сам Untertitelung. BR 2018 Kommt mit ins Land der süßen Märchen. Hier macht der Sarotimoir Märchen wahr. Aus Nougat, mit Blütenhonig, Haselnüssen, konfierten Früchten und feiner Milchschokolade. Ein wahres Pralinenmärchen. Aus sieben Ländern. Ja, der Sarotimoir macht Märchen wahr. Sarotti, tausend und einmalig gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich war gerade in der Eger. Ich war gerade Wasser treten. Ich konnte mich festhalten, dass ich nicht auf die Schnauze falle. Hey, 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 hey. Now you gone Now you gone Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020